Alter, da ist ne Kürbisfarm. Wo seid ihr lang, bis ihr ne Kürbisfarm findet? Achso, ihr seid hinter mir. Ich überlässt es auf, wie geil die Musik eigentlich in 513 hat. Dafür, dass es eigentlich so ein langweiliges Spiel ist. Ja, wenn ihr irgendwo nen Rucksack findet, Schreitschotgang. Oder irgendwas zum Anziehen, ich hab ja nur so ne Polizeiweste. Jetzt wieder ins Haus rein. Ich bin da, wo ich aufgenommen wurde, dass ich gebiet hab. Ey, was ist das so ne Presswest? Ja, das ist eine... Darf ich testen, ob die Kürbel sicher ist? Nein. Lass es! Das interessiert mich jetzt auch so. Ja schon, oder? Ich schieß zurück. Ich kann nicht mehr schießen. Soll ich's probieren von hier? Ja, das würde mich echt interessieren. Warte, saft mich mal. Ich muss mal ganz kurz schauen, auf was ich schießen hab. Ja, warte, das probieren wir jetzt echt aus. Wir haben Bandagen, wir haben Morphium und wir haben Saline. Das überlebt ja schon. Ich hab auch Epinephrine oder was das? Ja, probier du die Ding... Deine Waffe ist schwächer wie die AKM, weil... Du sitzt da rum. Okay. Aber aus der Entfernung nicht so... nicht so nah. Hab's da nicht Lust? Ja. Ich sollte schießen auf links klicken, hab ich ja weiß. Kein Kopfschuss. Ich zittet mich drüber, warte. Oh Gott. Ich bin auf diesem Arsch. Das war kein Kopfschuss. Ich bin da, wo wir uns letztendlich drauf haben an diesen Holzstämmen. Was, Tani? Bist du tot? Ja, ich bin tot. Das war aber kein Kopfschuss. Das war aber kein Kopfschuss. Das war kein Kopfschuss. Funktioniert der Defi, wenn ich tot bin? Nee, ich glaube, wenn du tot bist nicht. Danke. Doch, ich glaub schon. Gott sei mal, probier's mal raus. Loote ihn und defibrilliere ihn. Ja, natürlich erst wenn er gelootet ist. Also loote ihn den Defibrillator, Entschuldigung. Na, den hab ich ihm schon gegeben. So, na dann. Warte. Aber nicht freiwillig. Doch, du wünschst du mir... ...verhebendes Motto 22. Nee, ich bin tot. Jetzt hattest du die Kugel nicht aufgeregt. Ja, ihr kennt aber die Weste. Geh mal auf Nummer sicher. Weil die Weste ist gut gegen Zombies. Was weiss? Was machst du, Stalker? Ich hab ihn in den Kopf geschossen.